Hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal Roblox, weil ich dachte mir einfach mal, ey komm, ich spiele immer Brawl, also Fortnite. Deswegen dachte ich mir einfach mal, ey komm, ich spiele einfach mal Roblox, Leute. Und wie ihr gerade sehen könnt, ich bin mir gerade Piggy und wir sind auf jeden Fall bei der Map Maul. Und ich bin auf jeden Fall gerade normaler Spieler und ich hatte einfach mal Bock, so ein Video zu drehen, wo ich Piggy spiele, weil, keine Ahnung, ich hatte einfach so Bock gehabt. Und wir werden jetzt auf jeden Fall respawned, Leute. Ich muss, ich habe nur kurz geguckt, ob die Aufnahme läuft. Okay, Leute, auf jeden Fall, die Runde beginnt jetzt. Ich hoffe mal, wir gewinnen, Alter, weil ich habe gerade so Bock zu gewinnen. Okay, da ist auf jeden Fall das Gras, Leute. Wir können das jetzt, dieser einen, ähm, Dings, das Schwein da geben, die Piggy tötet. Die war doch dort, ja, ja, da steht ihr, ups. Ich habe aus Versehen, dieser Alarm gemacht. Okay, jetzt wird die wahrscheinlich zu Piggy gehen und sie umbringen. Okay, hier ist kein Schlüssel oder so. Okay, wir müssen jetzt einfach weiter nach Schlüssel suchen. Okay, ist hier vielleicht noch was? Piggy hat es zwar auch knapp. Okay, die wird jetzt... Ah, mein, oh mein Gott, die ist dort drüben. Oh mein... Okay, die hat mich einfach ignoriert. Ja, moin. Alles klar. Okay, da ist auf jeden Fall... Ah, dafür brauchen wir so, ähm... Ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Okay, hier braucht man einen Orangeschlüssel. Okay, okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Äh, oh mein Gott, ich habe gerade so Angst, dass oben irgendwo Piggy ist. Okay, oh mein Gott, Leute, sie ist da unten. Okay, die wird jetzt bestimmt getötet. So. Hier, hier gibt es nur Munition und da, da ist immer noch zu. Und die eine geht da einfach rein. Piggy ist gone for 20 seconds. Okay, Leute, ich brauche mich nicht reinzugehen, Alter. Oh mein... Okay, da ist ein Spieler, der springt, Alter. Oh mein Gott, ich habe die Falle gar nicht gesehen, Alter. Spring, spring schnell. Alter, ich hatte die Falle einfach gar nicht gesehen. Ich bin... Okay, übertreib jetzt nicht so mit den Fallen. Wie viele Fallen hat die bitte schön hier aufgelöst? Ich meine, Bruder, wir sind in der Stadt, Alter. Wie wollen wir denn einkaufen gehen, wenn hier überall Fallen rumliegen, Alter? Okay, da brauchen wir auf jeden Fall einen grünen Schlüssel. Wo ist eigentlich der grüne Schlüssel, wenn ich fragen darf? Ey, ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Schlüssel hier sind. Das Ding ist, Leute, ich habe nur einmal diese Map... Bei dieser Map gewonnen. Okay, oh mein Gott, da ist Piggy. Ey, die steckt da fest. Scheiße, komm. Okay, die ist noch hinkommen. Okay, Leute, wir gehen mal da oben. Warte mal. Da lag doch gerade Gras, oder nicht? Ich hole es dann gleich, Leute. Oder ich hole es, glaube ich, jetzt lieber. Okay, da ist die eine auf jeden Fall jetzt direkt gestorben, Alter. Mein Gott. Ah, ja, ich wollte das Gras ja mitnehmen. Soll ich nehmen das Gras mit? Und ich muss jetzt nur noch diese eine andere Piggy suchen. Also, die natürlich die normale Piggy tötet. Wo ist die? Oh mein, Tigger, warum gehe ich da jedes Mal rein? Okay, Leute, wir haben bis jetzt eigentlich noch gar keinen Schlüssel. Also, wir haben ein paar Schlüssel gefunden. Wir brauchen aber viele Schlüssel bei dieser Map, weil diese Map ist auch ziemlich riesig. Okay, da ist auf jeden Fall diese... Ich muss aufpassen, dass ich nicht auf diese Bärenfalle drauf drehe. Okay, so. Alter, diese Bärenfalle, die ganze Zeit strebt ja fast drauf. Okay, da liegt nur Munition, aber ich habe eh nicht die Waffe, also bringt es mir nichts, in Munition zu nehmen. Oh mein Gott, dieser eine Piggy, der erschreckt mich jedes Mal, Alter. Okay, Piggy is going for 20 seconds. Oh mein Gott, die Piggy war einfach unter der Treppe, Alter. Okay, ist hier ein Schlüssel oder so? Ja, ja, da ist der grünen Schlüssel. Wir müssen den grünen Schlüssel mitnehmen. Aber wo war er nochmal? Man musste... Ja, da! Man musste da den grünen Schlüssel lassen. Okay, auf jeden Fall, da haben wir jetzt den grünen Schlüssel gelassen. So, wir brauchen einen Coin dafür. Okay. Bestimmt hat jemand schon den einen Coin genommen. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Alter. Schnell, Lauf, 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 hoch, hoch. Ich muss ehrlich aufpassen, weil ich erschrecke mich immer so, wenn ein Piggy mich tötet, weil diese lauten Schreien und so weiter. Okay, auf jeden Fall, wie ihr gerade sehen könnt, brauchen wir viele Elemente. Okay, die Piggy... Ey, diese Piggy, die ignoriert mich die ganze Zeit. Die geht einfach weg. Das ist eigentlich auch voll geil. Hier brauchen wir den blauen Schlüssel, okay? Ähm... Alter, ich dachte gerade, da wäre offen, Alter. Weil es sah irgendwie gerade so aus. Ich wollte da gerade reingehen und diese Karte holen. Okay, die Frage ist jetzt, wo ist Piggy? Weil ich kann die gerade nicht sehen. Alter. Okay, hier brauchen wir einen Schraubendreher oder wie man das nennt. Und einen weißen Schlüssel. Den weißen Schlüssel... Ich glaube, ich weiß sogar, wo der ist. Der ist bei diesem einen Spielkasten da. Okay, so. Wir gehen mal runter, runter. Alter. Okay, hier brauchen wir auch sowas. Okay, also Leute, wie ich... Das heißt, wenn wir das finden, wir sollten das nicht wegwerfen, weil wir brauchen das ungefähr dreimal oder so. Wir müssen das dreimal benutzen. Diese Piggy, die rennt die ganze Welt. Das hast du da angetan. Okay, alles klar. Hier ist immer noch diese Falle. Ich muss ehrlich aufpassen, diese Falle, die Nerven so hat. Wie ist die da reingeglitscht? Alles klar, Digga. Hier brauchen wir, wie gesagt, den blauen Schlüssel. Und... Oh mein Gott. Leute, da ist offen. Wir können da rein. Okay, die Piggy, die ist so dumm und die geht einfach weg. Ja, okay. Wir nehmen diese grüne Karte, weil ich erinnere mich noch, wo wir die lassen mussten. Warte mal. Ich muss aufpassen. Ich mache die Tür zu weit. Ich habe da irgendwie Angst. Oder sollte ich die da rechnen? Ich hole gleich die grüne Karte. Achso, stimmt. Ich habe die... Habe ich... Was? Habe ich die schon in der Hand? Ah, ne. Ich habe was anderes in der Hand. Digga, das sah gerade voll komisch aus. Okay, Leute. Ich weiß jetzt nicht, für was wir das eigentlich brauchen. Ich glaube, wir brauchen das eigentlich für gar nichts. Aber mal gucken. Vielleicht brauchen wir das doch noch irgendwo. Okay, Leute. Auf jeden Fall. Das geht noch 4 Minuten und 35 Sekunden lange, dieses Spiel. Okay. Hier sind noch zwei neue Respawns. Also, das heißt, ich bin nicht alleine. Weil wenn ich allein wäre, das wäre ziemlich kacke. Okay, Leute. Da ist diese Piggy, Alter. Die geht mir ziemlich auf den Nerven. Überall, wo ich bin, ist die auch. Und ja, die eine ist gestorben auf jeden Fall. Jetzt bin ich gerade mit der hier. Aber Leute, ich glaube ehrlich, ich brauche diese Dings da, was ich gerade in der Hand habe, für gar nichts. Die geht schon wieder bei der anderen. Hä? Warum geht die nicht bei mir? Aber was eigentlich auch voll geil ist. Weil die geht nicht bei mir, die geht bei der anderen. Und Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ich für spiele. Und ja, Leute, ich glaube, ich nehme lieber dieses grüne Teil. Weil mir ist aufgefallen, das brauche ich eigentlich gar nichts. Ey, das passiert jedes Mal. Ich weiß sogar noch, wo das war. Wir müssen, glaube ich, hier gehen. Ja, hier. Und da ist ein Handy. Ich weiß, ey, Leute, ich weiß, wo das Handy sein muss. Es muss unten sein. Unten ist so ein Raum und da müssen wir das Handy irgendwo legen. Und da geht irgendwas auf. Okay, Leute, diese Runde läuft gerade ziemlich gut. Ey, wenn ich am Ende noch sterben sollte oder so. Ey, das wäre einfach zu scheiße, Alter. Das wäre so scheiße. Wenn du nur wüsstest. Okay, wo ist denn diese Piggy, Alter? Oh mein Gott, noch drei Minuten geht diese Map. Ja, ja, Leute, ich habe den Raum gefunden. Hier müssen wir auf jeden Fall jetzt das Handy legen. Ja, da. So, ich muss aufpassen, Alter. Ja, da ist der eine Coin. Da ist der eine Coin. Da ist der eine Coin. Wir können den jetzt dort legen, Leute. Okay, da ist die Piggy wieder gewesen. Ich check das nicht. Die ist ganz nicht dort, wo ich auch bin. Das nervt irgendwie voll. Okay, da. Da müssen wir auch, glaube ich. Nee, nee, nee. Da ist schon ein Coin drin. Wir müssen das andere Coin, also das Coin, was ich gerade habe. Wir müssen das bei diesen Spielautomaten oder irgendwo, glaube ich, legen. Aber ich gehe mal kurz nach oben, Leute, weil ich muss kurz nach oben gehen, weil ich weiß nicht ganz, wo das genau ist. Ja, da. Ich habe den Raum gefunden. So, wir müssen jetzt hier den Coin legen. Da ist auf jeden Fall schon mal der weiße Schlüssel. Wir brauchen jetzt noch den anderen Coin. Wir müssen jetzt diesen einen Dings da holen. Da war oben, wo dieser eine grüne Kat war. Da war nebendran. So, schnell. Geh hoch. Oh mein Gott. Ey, diese... Fuck, diese Bärenfalle. Aber das ist schon mal gut, dass ich die aufgelöst habe, weil jetzt kann ich nicht mehr sterben wegen dieser einen Bärenfalle da die ganze Zeit. Okay, ja, Leute, ich habe das gefunden. Da, genau das brauchen wir. Genau das brauchen wir für den Coin. Genau das. Ich habe das jetzt genommen, Leute. Ey. Diese Piggy, die läuft die ganze Zeit rum. Das macht mir ein bisschen Schiss, weil ich habe gerade voll Angst, dass sie einfach... Oh mein Gott, die ist da. Ey, die geht die ganze Zeit weg! Ich habe wieder dieses Scheiß-Bärenfall. Digga, komm, Alter! Ey. Irgendwas ist mit dieser Piggy, die kommt nicht zu mir. Oh mein Gott, Leute, wir haben noch eine Minute Zeit. Ey, wir müssen uns langsam beeilen. Ey, ich... Ich bin voll durcheinander gerade. Ich gehe die ganze Zeit im Kreis herum. Okay, okay, okay. Da ist immer noch dieser eine. Wo ist Piggy? Ja, dort war sie. Ja, dort ist dieses Automat oder was das sein soll. Jetzt kriegen wir den Coin, weil wir das in der Hand haben. So, da ist der Coin. Und jetzt müssen wir dort gehen, da kriegen wir den Schlüssel. Und dann sind wir endlich hier draußen. Ey, wenn ich jetzt sterbe, ne? Gar kein Bock, Alter. So, da. Da ist dieses Spielzimmer. Oder was auch noch. Okay. Mein Gott, habe ich das Schlüssel in der Hand? Du kleiner... Ey, Junge, ich war fast am Ende, Mann! Und ich mache gerade nur dieses Video ohne auf 10 Minuten zu kommen. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo da. Und ich würde mal sagen, ciao, bis zum nächsten Video. Haben wir es jetzt geschafft?